so guck da ist er wieder herzlich willkommen zurück bei jack zockt tomb raider anniversary bin ich jetzt hochgekommen über die kisten dem achten teil der reihe olders remake zum ersten teil und wir sind hier nach dem finale hier jetzt bei croft manor mit der klassischen merkwürdig aussehenden lara da sah sie tatsächlich im ersten teil also im original selber irgendwie besser aus als das ding hier das ist ja komisch die sieht ja irgendwie total verschoben aus wir sind hier immer noch im pool raum da unten unter den brettern ist der pool in dem wir ja bei tomb raider legend rumgeschwommen sind jetzt weiß ich bloß nicht ob wir hier der daten brauchen haben wir nämlich noch nicht besser gerade nicht wo wir von hier aus hin sollen da drüben kommen wir nicht hin doch da drüben müssen wir handeln hier da guck mal da aber sie springt und natürlich nicht dran auch nicht wahnsinnig das weib ich denke jetzt wo sie hier zu hause ist kann sie mir extra noch hier auf der nase um teilen jetzt bleibt das so ich hoffe mal aber und jetzt zu drüber dran drüber schwingen wir haben erst ein geheimnis eingesammelt hier im croft manor ob das jetzt wirklich sonderlich gut ist ja genau und dann hier hoch genau so habe ich mir das vorgestellt so hoch mit dir ja okay den scheiß müssen wir schieben hier auf jeden fall was haben wir hier okay das ding müssen wir drehen was ist das hier eigentlich wie hatten wir das bei legend gemacht keine ahnung in welche richtung wir das dort hatten was liegt hier hinten medipack medipackchen wenn wir hier damit irgendwas machen wir haben das ganze dinge natürlich gegenüber letztend extrem eingekürzt ja mal irgendwo muss auch hier ein hinweis sein damit das ding da hinten aufgeht ich würde nicht irgendwie was drauf legen oder so müssten wir auch noch irgendwie hinkommen so warte mal das ist wie ein skulptur äh sonnenohr die türe neben dem eingausgang benutzt so ich weiß nicht ob wir hier und ob hier uns noch irgendwas fehlt wir gehen jetzt erstmal raus wo wir ewig herumdümpeln weil ich jetzt erstmal in den garten gehen ja ich glaube ne hier lang oder ja jetzt mindestens drei ne komm wir hin ist aber kein garten äh doch ein garten ui labyrinth karte ja den garten gab es ja den in der form auch nicht bei legend komm wir drüber ja also das labyrinth können wir hier irgendwas machen sie hat doch irgendwas mit der sonnenohr eingesammelt ich schätze wir müssen ah hier ist die sonnenohr okay nix damit machen was ich hier hinten aber der fukelt irgendwas irgendwas ist hier hinten da kommen wir nicht hin oder doch nein 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 keine Ahnung von hier hinten sind wir gekommen hier sind wir im garten ja super und nun wir müssen das hier aufkriegen ja 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 komm Feuer ja warte hm 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 eh ah eh ah stecken und diese nach der reihe nach ja es ist ja ganz gut und schön aber ich würde gerne hier auf dem boden aufgemalt bin ich was war das jetzt für zahlen 11 27 11 2 das beweist dass die zeit nicht stehen So, hervorragend. Gut, gehen wir erstmal hier hinter. So, dort ist Geheimnis. Das ist der Greifhaken. Ja, so. Jetzt müssen wir aber, jetzt werden wir die Karte brauchen, oder? Ähm, so. So, wie kommen wir am besten dahin? So, links, rechts. Da kommen wir, äh. Das kann dann weiter dauern. Oh, weia. Da ist das die interaktive Karte. Ich weiß auch nicht, ob wir an der Zwischenstationen hier irgendwas machen können. Hier ist keine interaktive Karte. So, das ist ein Brunnen. Wir gehen mal hier, wartet, wartet. Äh, wir sind jetzt von hier gekommen. Ich hatte Labyrinthe. Wir sind jetzt hier bei dem Ding. Gehen wir mal hier hinter. Jawohl, ja. Oh. So, warten. Ähm. Wir müssten... Äh. Dort ist noch was. Ich denke mal, in diesen ganzen Kreisen sind die ganzen Geheimnisse mit versteckt. Wo sind wir hier? Warte, 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 warte. Das ist hier so ein Strich, das ist ein Anhaltspunkt, wo wir hier sind. Das ist, wir sind da unten. Da unten links sind wir bei dem Streifen. Wir müssen jetzt unten bei dem linken Tor bei dem beliebten Ausgang von dem Streifen. Hier geht es nicht weiter. Oder? Doch, hier geht es weiter. Dort geht es einmal ringsherum. Ich muss ein bisschen an meiner Orientierung arbeiten. Ich will aber auch jeden Weg gegangen sein hier, bis wir alle Geheimnisse haben. Wir haben jetzt zwei von acht. Wir gehen mal hier hinter. Oh, hier ist nix. Ja. Dann sind wir jetzt also hier. Das tut hinten, oben in der Mitte, das sieht so aus, als ob da was wäre. Dann müssten wir oben rechts rausgehen. Was zum Ding? Was? Wir sind... Wir sind den Weg gekommen hier. Von unten. Hä? Nee, dort sind wir doch. Wir müssten unten... Äh... Und uns rechts halten. Den mittleren Gang raus. Hier und uns rechts halten. Genau, hier lang. Und hier lang. Da kommen wir. Hier rein wollen wir. Rechts rum. Hier hinten rein. Genau. Die Frage. Was machen wir hier damit? Keine Ahnung. Wir können auch mehr hier hinter gehen. Wir sind ja wieder solche Brunnen. Da ist einer. Da müsste hier... Wartet. Nee, 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 nee. Wartet, wartet, wartet. Wir sind... Wir sind dort. Da müssten wir... Hier lang. Wie gesagt, es kann ja eher sein, dass hier noch irgendwo die Geheimnisse... Eins haben wir ja schon gefunden, hier im Labyrinth. So, hier müssten wir wieder... Ja, genau. Hier kommen wir wieder hier rein. Jawohl. So. Müssen wir hier lang? Hier lang. So, was ist hier? Wie geht's hier hin? Hier hin. Dort geht's einmal runter in die Mitte wieder. Und dann kommen wir geradeaus. Bei dem... Rechts, bevor das dann länger weitergeht. Genau hier. Ah. Jawohl. Nimm mit. So, dankeschön dafür. So. Wo können wir jetzt hingehen? Die ganzen Punkte haben wir... Sie haben jetzt drei Geheimnisse. Zwei Geheimnisse hier wohl. Drei haben wir insgesamt. So. Ähm. Dann gehen wir jetzt hier raus. Gehen... Den rechten Weg geradeaus und dann rechts runter. So. Welcher war jetzt der rechte Weg? Und jetzt hinten... Hier ist die Mitte. Oh, also hier. Dann gehen wir hier... Hier... Und hier. Hier liegt aber nix. So. So. Dann gehen wir... Hier hinten raus. Machen wir hier ein paar Schlangenlinien. Ich weiß auch nicht, ob die Geheimnisse bloß an diesen besonderen Plätzen hier verborgen sind. Oder noch woanders. An diesen hier... Stellen hier. Und dann ist hinten noch irgendwas. Oder ob die dann hier irgendwo auf dem Weg rumliegen. Ich weiß nicht, wie gemein die hier mit uns sind. Die Wegler. Oh, hier geht's wieder rein in den Raum. Okay. Gehen wir hier lang. Haben wir hier das ganze Ding komplett mal abgeklappert. Ja. Jo. Dann müssten wir jetzt wieder hier... Bei dem Ding sein. Genau. Jo. Und wenn wir hier vorgehen, müssten wir eigentlich in die Mitte kommen. Ja. Damit müsste ich auch schwer zugängliche Orte erreichen. Jo. Was ist denn nun hier? Was? Hm. Ah. Mach. Genau. Und jetzt ein Schalter. Genau. Das hat jetzt was gemacht? Nein. Glauben. Glauben. Pfeil. Pfeil. Ich glaube, hier fehlt mir noch was. Stimmt. Der Pfeil. Wir müssen über den Pfeil drauflegen, oder? Oder den hier in die Hand geben. Und... Okay. Denken wir mal, das habe ich. So. Keine Angst. Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Grasen wir jetzt erstmal weiter das, äh... Labyrinth hier ab. Ja. Ich meine, der ist ja wirklich schlauer gewesen, dass wir komplett, äh... Am Anfang zu machen, wie ich es damals gemacht habe. Wo kommen wir hier hin? Was ist hier? Gar nichts. So. Ich gucke noch mal kurz auf die Karte. Wir müssen ja sowieso nochmal hier hin. So. So. Wir müssen jetzt, äh... Dort sein. Rechts neben dem großen Viereck. So. Da gehen wir dort, äh... Wo die große, äh... Tanne und dann runden da kreisen. Und dann gehen wir auch langsam wieder raus hier... Aus dem Ding. Ja. Das ist das Ding. So. Dann gehen wir hier runter. Es ist schön, dass man hier eine Karte in dem Labyrinth hat. Dafür das Labyrinth. Aber bisher... Ich denke mal, den größten Knackpunkt, den finden wir dann hier... Wenn wir in der Mitte das aufgemacht haben. Ja. Ah! Geheimnis Nummer 4. So. 4 von 8. Okay. Aber hier ist auch nichts mehr wirklich. Wirklich. Da würde ich mal sagen. Sehen wir erstmal dazu, dass wir aus dem Labyrinth hier rauskommen. Das war... Da war es schon wieder. Von, äh... Angela Starken ist irgendwie die Musik. So. Labyrinth-Karte. So. Da ist noch eine Ecke. Da sind wir jetzt, oder? Ja. Hier sind wir jetzt. So. Aber hier, äh... Laufen wir bis Kreisel. Genau. Wir wollen ja wieder zum Ausgang. Kommen wir zum Ausgang. Ja. 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 Was ich hier brauche. Was ich hier brauche. Hier drüben. Irgendwo brauche ich hier, äh... Ich glaube... Ich habe so den Eindruck, das sind alles Brunnen hier. Und das hier ist eine Brunnenpumpe. So. Wir müssen die Pumpe hier aktivieren. Nein. Wir müssen das Ding hier aktivieren. Dafür brauchen wir aber was. Ähm... Damit uns Wasser kommt. Damit wir hier, äh... Na gut. Ich weiß nicht, ob wir direkt Wasser jetzt brauchen. Warte mal. Das zeigt doch da hoch. Achso. Damit das da hoch zeigt. Hä? Keine Ahnung. So. Dann gehen wir mal wieder rein. So. Wir müssen auf jeden Fall nochmal ins Labyrinth. Das ist definitiv... Definitiv Fakt. Also wir möchten das hier an einem Stück machen. In einer Session. Weil ich will hier nicht rausgehen aus dem Croft Manor, bevor ich fertig bin. So. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal den Haken. Ich hoffe mal, dass wir damit den Pfeil aus dem Kamin holen können. Was war das noch? Einen Bogen müssen wir noch finden. Wo können wir jetzt damit hier den Pfeil rausholen? Äh. Dieses Buch ist uninteressant. Hey. Na ja, wenn du was sagst. Äh. Ich muss da irgendwie das Feuer abstellen. Dazu werde ich Wasser brauchen mit dem Wassereimer. Nein, nein. Das werde ich löschen müssen mit dem Wassereimer. Und dann muss ich das Ding nach unten rausholen. So. Wo waren wir jetzt noch nicht? Wir waren hier hinten, waren wir noch in der Tür. In der Tür waren wir noch nicht drin. Wir gehen nochmal in den Poolraum. Gehen wir dann auch nochmal. So, hier sind wir, ja, kriegen wir natürlich, äh. Ja. Keine Ahnung. Den Raum kennen wir tatsächlich noch aus, äh, Legend. Da gab es den ja auch. Also hier das Außengebiet. Und hier ist die Trainingshalle. Ach, nö. Ach, nö. Bitte nicht. Was ist das denn hier? So. Worte, worte, worte. Was da oben gehalten ist. Ui. Der Pool ist noch leer. Wenn Lara jetzt hier runterspringt, was passiert dann? Ich weiß nicht, ob das klug ist, hier runterzuspringen. Da unten ist auf jeden Fall eine Lampe. Noch eine Lampe. Da gab es ja auch ein Geheimnis bei Legend. So, wir würden mal anfangen hier, äh, durchzuklettern. Hopp. So, irgendwo werden sie schon ankommen. So, die Frage ist noch wo. Warte mal. Äh. Also hier sehe ich momentan noch keinen großartigen Sinn drin. Kann ich die Dinger hier nicht verschieben? Achso, worte, worte, worte. Ja, schwingen wir schneller. Komm. So. Da oben liegt auf jeden Fall irgendwas drin. Das will ich haben. So. Nein. Ja. Ach, das ist ein Schalter hier. Na. Drück. So. So, okay. Dann leuchtet mir das gerade ein bisschen ein, hier. So, dahin Ja, dahin Ja, nun Darüber, links Dahin, da hinein Ah Geheimnis Nummer 5 So, gucken wir uns an So, das ist das wichtigste Drei Geheimnisse brauchen wir noch So, wo finden wir die? Ja Den Weg haben wir Dann müssen wir Von da nach da Nee, warte, 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 warte Wir müssen Von da Wir müssen da rüber kommen Irgendwie, da hoch und uns runter hier Schwingen Dann kommen wir hier irgendwie hoch Nee Warte Wir müssen wahrscheinlich ja noch Da oben ist noch ein Knopf Nur, wie kommen wir dorthin? Äh, wir müssen da hin Auf jeden Fall Kommen wir von da Nach da? Das schafft sie nicht, oder? Das ist zu weit Ich würde behaupten, das ist zu weit Das schafft sie nicht, dorthin zu springen Ich will Lara auf keinen Fall Hier in ihrem eigenen Haus Hier, äh, inbringen Nee Dort kommt sie auf keinen Fall hin Kommen wir hier mit dem Kletterding Hier irgendwie hin Wir müssen von hier aus hin Warte, 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 warte Wir müssen Wir sind gleich wieder fertig, Freunde Wir müssen Wo müssen wir anfangen? Warte Da war ein Haken Jetzt ja ohne den Kletterhaken Kommen wir nicht weiter Okay Ja, 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 ja Wir wollen die uns erst mal das Spiel erklären So Ich will da rein Ja Die Frage ist, wie komme ich dort rein Ohne auf die Schräge zu springen So Nein Mensch Warum springst du denn nicht da drüber, du blöde Sau? Es geht dazu wieder los in deiner eigenen Bude hier, oder was? Achso, ich glaube, ich weiß, wie Warte, warte, warte Wir haben es gleich Äh So, hier runter Und dann hier drüben rein Genau Na, drück Jo Äh Und nun? Ich muss sie extra wieder runter, oder wie? Hm So Was hat sich jetzt ausgefahren hier? Da drüben könnten wir von Das Ding hat sich ausgefahren, da oben, oder? Das hat sich rumgeklappt Damit wir Wo kommen wir dann hin? Da drüben ran? Nee, oder? Wir müssen, wir müssen so auf die Schräge Keine Ahnung, wo wir hin müssen Wie kommen wir da hin? Von da nach da müssen wir mit dem Damit wir da drüben hinkommen Problem ist allerdings Ähm Ich weiß nicht, ob sich das Dann rumdreht In die Richtung da Wenn wir von da oben Da ran springen Damit sich das in die Richtung da dreht Jo Äh Die Frage ist, wie fangen wir hier an? Wie kommen wir da oben hin? Von hier rüber Warte mal Von da Ja Ja, gehen wir mal zur Linse Wir müssen hier Äh Okay, wir müssen auf jeden Fall Wie fangen wir hier an? Bin mir da gerade nicht sicher Nee, da drüben waren wir schon drin, oder? Ja Da haben wir Geheimnis eingesammelt So Wir müssen aber auch Da Da ist plant ein Elefant drin Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da rein? Wir müssen von da drüben Wir müssen hier hochkommen Wir müssen hier hochkommen Auf die Dinger, oder? Wie kommen wir dort hin? Kurze Frage Jo Wie dem auch sei Für heute ist das für Feierabend Ich hoffe es hat euch gefallen Dankeschön fürs Zusehen Ähm Lasst mir auch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt Und neu auf dem Kanal seid Ähm Guckt mal auch in die anderen Projekte Horizon Zero Dawn und Risen Äh Damit danke schön fürs Zusehen Und ciao Was ist das für heute? Alyssa Hjörn Das für heute ist das für heute Hjörn 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 Untertitelung des ZDF, 2020